Was lange währt, wird endlich gut. Es ist Zeit. Es ist Champions League Zeit. Der große Auftakt gegen... Geng. Seit vielen Jahren einmal wieder dabei. Die Meister von Belgien, eine schwierige Liga. Salzburg in der Champions League. Das Fußballfest kann beginnen. Dienstag ab 20.15 Uhr. Live auf Sky Sport Austria. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020